Da sind wir und da sind wir auch schon wieder, wir haben hier gleich einen neuen Gegner, ich würde jetzt gerade wieder mal die Chance nutzen, ein bisschen zu turnieren, es wird irgendwie nicht, jetzt habe ich hier einen neuen Gegner entdeckt, den will ich euch natürlich nicht vorenthalten und daher, schauen wir mal, ein Echsenmann, ein Echsenhelion, aber er geht auf zwei Beinen, er hat sogar eine Waffe, könnte er ursprünglich ein Mensch gewesen sein, möglich. Gläfelsenke, Angriffstyp Waffe. Burn, burning sharks! So schön blocken, von da und weg. Die Ruins are calling me. Jetzt haben wir hier einiges entdeckt und es wirkt ohne größere Weitereumschweife, ich werde den Gegner hier gucken, den ich ihn ignoriere und wir gehen zur Hauptquest. Wir wollen mal ein bisschen Ruhe, Ruhe ein bisschen vorwärts bringen, Prozente, langsam merke ich, es wird anstrengend. Klappt das nicht. Wir sollten ihn sehen, dass Lukas' Team von der Oberfläche ist. Ja, der Mann nie will ever bemerken, Sarei. Der Flanker der Flanker war ein Verlust. Wir kommen zurück, um die Hauptforszen zu retten. Hurry, während es noch Zeit ist. Was? Du bist einfach zu verabschieden Lukas' Team? Wenn wir nicht auf ihre Verlusten, mehr Truppen werden sterben. Aber sie sind immer noch gegen den Krieg. Willkommen zur Krieg, Kind. Los geht's! Er macht nur den Soldaten. Es scheint zu schrecklich. Aber du kannst ihn nicht gegen ihn. Verdammt! All this killing, it's pointless. The air is overflowing with people's anger and hatred. That's why it feels hard to breathe. Battlefields are the cauldrons where malevolence is brewed. There! Going? You bet! I'm counting on you guys! Luzrov Roulet! Don't worry, I'll go easy on you. We are going to kill them. We are going to kill them! We are going to kill them! Come on, move! Get out of my way! Get out of my way! Runnin' down! Runnin' down! Yeah! Slow and surge! You got my enemy! Ja, komm. Ich bin ordentlich drauf. Ich bin gerade nur ein bisschen von hier in Position. So, jetzt soll er noch ein bisschen Erdkraft rein. Und du bist fertig. Ich weiß! Oh, dear. So, Rei sure looks angry. Ich kann wirklich ihn nicht verraten. Awaken, Red Earth! Drunkle! Time you learned some humility. Awaken, Red Earth! Drunkle! Ich brauche ein Hand! Ich brauche es! Ich brauche es! So, krass! Machst du mal ein bisschen schön mit! So, schön geconnert. So, komm, und. Komm, du noch, und dann sollte es gewesen sein, sehr schön. Oh, keine Minuspunkte, nur positiv, sehr schön. So muss das sein. Ich will Applaus, Applaus! What the hell? Something blocked me! A m-monster! What's going on here? The Shepard! Step aside. Archers! This can't be! Is this the Shepard's true power? Lucas. Let's go. Uh, uh, yeah. Retreat! Troops of Rollins! What the hell? There's a voice in my head! Who the hell are you? I won't ask again. Retreat! It's a demon! Highland has demons on their side! Run! 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 I'm really glad you're safe. Saray, they'll understand someday. That's right. Thanks. Sex! Even if it is just a pat on the back! Gonna cry? Nope. We're not finished yet. Fire! 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 What's happening? Fall back! Retreat! It's over. Not yet. We still have to quell the Hellions that were created here. Siree. Well, I guess I'll stick with you just this once. Thank you, Miklia. Let's do this! Hard Tobak. He has a lot of... He has a lot of soldiers out there. I will fight evil! Is everyone okay? We can't hold back if we want to win! Earth Lord! Well armed. Be careful. Searching landscape! Earth Balls! Take this! Be gone! Iron Curtain! Rock Ringer! Quiver! The Tide will charge right at you. Come, blocken. Quiver! Echo Shot! Let's get them! Take this! Und schön. Zack. Kick gebombt. Everyone okay? I think... Campt sich mit ihr mit am besten, find ich. So, und wir wollen ja wirklich hier wirklich alle mal weg haben. Du kommst mit. Und du kommst mit. 幸'n! Ready Micklio! Sword Flare! No escape! Ready go! Fly! Frost! Gather! I got you! Begone! How is this? How's this? Come forth! Ja! Tigerblade! No escape! Sweet dreams! Willkommen! SK Aufladen! Ich hab dich! Solid Rust! Solid Rust! Ready? Multiple Kurrens! Ready? Everyone okay? Oh, das können die auch. Interessant. Weil ich jetzt irgendwie fast das Gefühl hab, ich kann hier machen wie ich will, ich werde die hier nicht alle wegkriegen. So komm! Und weg und weg, komm komm! Burn! No escape! I won't lose! Hang on everyone! I won't lose! Das hat keiner erlaubt. Komm, töte ihn! Töte ihn! Oh, besieg ihn! Alöse ihn! Wir töten sie ehrlich. Komm! I'm ready! Purity! Komm, fort! Ich hab dich! Solid Rust! Ich hab dich! Ich hab dich! Ihr sollt mich angreifen wenn ich blocke. Es ist vorbei! Multiple Kurrens! Rending Gale! Rending Gale! Rending Gale! Rending Gale! Rending Gale! Not bad, not bad! Ja! Let's get em! Sehr schön! Sehr schön! So komm, dich kriegen wir zusammen! So, sie war halt! Ja! The centuries may pass, but here at least the scenery is ever the same. People lose their humanity here. You're more right than you think. The fools people call heroes or whatever are mostly just Hellions. There is no place more ideal for breeding malevolence and passing it on to humans than a battlefield. And yet, those who make a name for themselves, they are heroes, huh? Hellions would really fit them better. There was, let's see, Dindrain, the general of a hundred victories. King Meliodas, who united the continent long ago. Yeah, those are definitely names that'll come up in history books. And King Clawden? Who ended the era of darkness? What about him? He's... different. I'm told Clawden was in fact a shepherd, actually. Oh, really? Shepherds and Hellions. They've always been with us. I just didn't know it. Yeah. Come on. A dangerous fight. I wanted to once again. What was actually the weakness of this fire? How's this? Yeah! Burn! Strike! It's over! That's the way! So. Kurz mal getauscht. Come. Come. Blocken. Den Gegner wechseln. Und. Come. Come. Okay. Come. Okay. Come. Okay. Very good. Clawden. Okay. Shepard. Well, I think he's quite talented. I think you're kind of overrating him. And his friendship with you makes it all the better. I think you're definitely overrating that. If we both have survived, then we'll see each other again. Yeah, we've already survived. Krieg is just nothing. There is also a wolf. Oh god, what a huge map. But we'll go back to the main quest. And we'll see what's expected. What? He's still at it! Exterminate them! Don't let a single one escape! General! The battle is already over! The Shepard is naive as you'd expect. The more rats we crush as they scurry away, the fewer they'll have in our next battle! Surely that isn't necessary! It doesn't seem like there's any use trying to reason with him. It was thanks to you, Shepard, that we were able to pull off such a route. Show us a little more pride! Ha 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 ha! Ugh! You better not forget the promise you made to release Elisha. He's vile, even by human standards. The way things are here, it won't make a difference no matter how many Hellions we purify. I agree. We should get far away from here until things settle down. Okay. Ich kann die älteren Lüge sensen. Wir sind nahe zu einem. Ich kann sie langsam K.P. wieder herzustellen, während sie sich in Bereitschaft befinden. Wie es weitergeht, werdet ihr in der nächsten Epidose sehen. Bis dahin, tschü tschü!